Was war die Zukunft der UN-Friedensmission in der Westsahara? Sondern endlich für eine Lösung dieses längsten Entkolonisierungskonflikts Afghans zu sorgen. Ban Ki-moon hat ganz klar gesagt, bei seiner Visite, er will dafür sorgen, dass es wieder auf die Agenda der internationalen Staatengemeinschaft kommt und dass man vor allen Dingen darüber redet, wie man Fortschritte machen kann. Wir haben ja seit 1992 eigentlich eine absolute Blockadesituation. Seit 24 Jahren warten die Saudis darüber, dass sie sich endlich an so einer Volksabstimmung beteiligen können. Und er wollte jetzt mit seinem Besuch da auch Impulse geben und sagen, das muss wieder auf die Agenda. Und egal, ob wir über Antiterror sprechen, ob wir über Flüchtlinge, die über Marokko nach Europa kommen, sprechen, Westsahara darf nicht vergessen werden. Und er will eben jetzt auch seinen engsten Mitarbeiter, der zu dieser Westsahara-Frage arbeitet, Christopher Ross, nochmal in die Region schicken. Und der soll detaillierte Vorschläge dann unterbreiten, wie es weitergehen wird. Und natürlich wird Ban Ki-moon auch selbst einen Bericht abgeben vor dem Weltsicherheitsrat im April. Und wir hoffen, dass er da eben auch, sagen wir mal, die vielen Erwartungen der saurischen Flüchtlinge mit einbezieht. Sie hat sich gar nicht gefreut. Sie hat monatelang versucht, diesen Besuch zu verhindern, ganz zu verhindern oder wenigstens zu verhindern, dass er vor dieser Debatte im April im Weltsicherheitsrat stattfindet. Sie wollten zum Beispiel ihm vorschlagen, dass er doch im Juli reisen sollte. Aber Ban Ki-moon hat sich nicht daran gehalten. Das war schon ein deutliches Signal und wurde vor allen Dingen von den Sahauis sehr begrüßt. Eigentlich sehr, sehr bescheiden, weil es gibt immer wieder humanitäre Probleme. Gerade in diesem Jahr hat es große Schwierigkeiten gegeben als Naturkatastrophen, die Teile der Lager zerstörten. Man hat dann zwar einiges an humanitärer Hilfe bekommen, aber das zeigt einfach, wie unheimlich dünn letztlich die Decke ist für die Sahauis, wie schlecht die Ausstattung der Camps ist und natürlich dann eben auch grundsätzlich die Frage, wie geht es weiter. Die Menschen, die dort als Kinder hingekommen sind, sind heute Erwachsene und die wollen endlich eine Perspektive haben. Die Europäische Union müsste erstmal zu einer einigen Stimme finden. Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, weil es in der Europäischen Union einige Staaten gibt, die sehr eng mit Marokko zusammenarbeiten, insbesondere Frankreich. Frankreich hat immer die Interessen Marokkos vertreten in der Europäischen Union. Aber auch Spanien ist sehr leicht erpressbar dadurch, dass es Nachbarland ist. Und wenn sich Spanien nicht so verhält, wie Marokko das wünscht, dann öffnet man eben einfach die Grenzen und lässt Flüchtlinge in das Land. Das hat man mehrfach so exerziert und das hat eben auch Spanien sich gemerkt und ist jetzt vorsichtig. Die Europäische Union hat aber eben auch dieses große Flüchtlingsproblem jenseits von Spanien. Und man sieht das ja jetzt an den Verhandlungen, die der Bundesinnenminister und der Entwicklungshilfminister in Marokko geführt haben. Man wird erpressbar. Man wird einfach erpressbar. Die Frage, inwieweit ist Marokko bereit, abgelehnte Asylbewerber wieder aufzunehmen im eigenen Land.